Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, Wochenende. Heute ist der 28.03.2020 um 9.30 Uhr. Ich bin um 8.10 Uhr, 8.15 Uhr das erste Mal wach gewesen und habe beim, baff wollte ich schon sagen, beim Paul im Stream vorbeigeschaut. Der hat gerade auf 1.15 Uhr geupdatet, glaube ich, und war sich nicht so ganz sicher, ob seine Welt danach noch existiert. Der spielt ja irgendwie mit Optifine und BL Shader oder wie das Ding heißt und die sind immer ein bisschen hinterher, hinter der ersten, hinter der aktuellen Version von Minecraft. Und heute hat er live im Stream aktualisiert, scheint alles funktioniert zu haben und ja, dann bin ich irgendwann ins Bad und habe laut Musik gehört und jetzt bin ich hier und wir haben es 9.30 Uhr, wie gesagt, oder 9.31 Uhr jetzt. Ich werde gleich nochmal rüber zum Edeka, zwei, drei Kleinigkeiten kaufen und dann mal gucken, was der Tag so mit sich bringt. Der Benni ist schon wach und sitzt im Wohnzimmer und sagt, wo sind denn jetzt alle hier um 8 Uhr verabredet? Ich warte hier schon, wo seid ihr? Aber die Muschel hat ihren Weg schon zu ihm gefunden. Das ist sehr gut und ich werde meinen Weg gleich nochmal nach draußen zu Edeka finden und dann mal gucken, was der Tag so bringt. Heute Abend werde ich Resident Evil 2 weiter und vielleicht auch zu Ende spielen. Wir gucken mal. Ich werde mich aber hinter Buff anordnen. Also momentan steht 20 bis 23 Uhr. Ich weiß aber nicht, wie früh oder spät der Buff heute anfängt mit dem Stream. Als ich ihn gestern fragte, meinte er bestimmt, aber er hat keine Zeit genannt. Und Arni wollte ich auch ein bisschen ausquetschen und habe gesagt, wie sieht es denn aus? Sonntag streamst du da? Vielleicht. Also wir gucken einfach mal, was sich so tut. Ich habe, wie gesagt, heute noch den Resident Evil Stream auf dem Plan. Resident Evil 2 mit Leon. Hoffentlich schaffen wir es heute durch. Und morgen haben wir dann The Longing. Ja, da gucken wir mal wieder, wie es dem Schatten geht. Dann sind es ja schon drei Wochen rum oder vielleicht sogar vier im Spiel. Ich weiß es nicht. Der sitzt ja auf seinem Sessel und liest Moppy Dick seit letzten Sonntag. Ich weiß gar nicht, ob der schon durch ist oder ob der noch in der Hälfte des Buchs hängt oder so. Das werden wir sehen, wenn wir uns wieder einloggen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Vielleicht kriegen wir heute auch einen Stream von Benni. Wer weiß das schon? Sein Wochenende ist frei. Er hat Urlaub. Er hat eigentlich die Zeit. Jetzt muss nur noch die Lust und Muße und ein Spiel her. Und dann könnt ihr eigentlich streamen. Mal gucken, ob das heute passiert. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Samstag. Habt ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann heute irgendwann in den Abendstunden. Sollte es eine Veränderung geben oder eine Aktualisierung, werde ich das in meinem Kanal, wie heißt der gleich nochmal, im Infobereich bei Tannis B., werde ich das dann nochmal niederschreiben. Gut, also bis dann. Tschüss. Gut, also bis dann.